willkommen zurück zur schwarzen edition 2 im letzten part habe ich festgestellt dass die unterwegs liegenden trainer überflüssig sind außerdem habe ich das legendäre drachen pokémon lati ausgefangen zudem ja das restaurant geöffnet auch nur weitere trainer sondern sind mit mir kämpfen wollen wenn niemand erschlägt wird ganz bekommst er war ich einmal den leiter alle betreibe ich hier mit meinem unternehmen und mich im alltag mit dem programm wieder mehr auf den bilden die konzert kann man mag so kann ich die herzbahn auf ein double ich möchte dem wasser ein wasser ist meine mann können der name erfreut er es wird auch nicht ich bin der große kolle unsere gegner bis auf die knochen nass machen dann legen wir gleich mal los das gegnerische team steht aus benni denn so ein paar ich habe von anderen markt damit vorhanden kämpft ich habe mich an das ich habe mich an das aber kann war du können dass ich um die frage sind level 70 und du hast dann von 60er bar schuft Na egal Hauptsache er hat nicht Feuerfinger Dann wäre das fatal Eistrahl gegen Eistrahl Warum nicht Wie geht es sich da? Jetzt mal Wasserfinger Was hat er gegen das Feuerfinger? Oh, hat er Baschrift? ein live vor wg schieter kraft also ich kann mich an der fans bekommen das war sie voll erwartet hat und unbesiegbar wird auch level 65 weil die gegner level 70 haben ich habe schon das war es war das eigentlich das schon ging da jetzt alle siegen aber nur noch reiflich sollte das denn Okay, ich unterstütze dich mit Enderon. Keine Ahnung, was das werden sollte. He, was soll der Kack? Ja, okay, er hat seine Verteidigung. Er stärkt durch Horta, ne? Dreifach. Maltrall. Keine Ahnung, ich habe mit Kaskadern. Damit nochmal. Vor allem, was hat sich voll gehortet. Egal, jetzt ist es... Zumindest besiegt. Es ist das Fornifrass. Ja, genau. Hat einen Pokon noch stärker. Ja. Die Lüpfung vollgeschlagen. Er hat das Überreste und teilt sich voll. Jetzt ist es für ein. Ich habe mich alles dran. Ich habe mich mit mir treffen. der 17.000 pro jahr durch eine ausgestattung mit einer mit einem mitreiter wie dir darf man sich wirklich glücklich mit ihren team zu kampf hatten wir verleten eine perfekte eröffnet es war teilweise ja morgen wie das man seine zieler anbieter das hat ihr okay die 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 ich es nicht jetzt sollst du also wieder finden das linke einmal ja warum die energie ja wird das ein riesenfeld zwei sichern los das war auch längst ganz recht bitte bitte mitte links ganz recht ganz recht so dass gut auch fahrsam das gesuchte wieder gefunden er so damen und das ist leider schon wie das in unserer wunderbaren kreber aufhörungen in der video hat und tschüss ja ich kurz an der pokémon wir sagen immer noch mal weiter oder mal das eben weil ich will damit gemacht habe gut als zeit habe wie denn das sei die heise das waren ja topschutz natürlich ich erinnere mich als sei es gestern gewesen das er trawst platzen haben olmayie und ein paar heiler was eine versteckte wiese sein und ein versteckter trainer ich habe schon gegen kicker poko und also gehe ich auf expat er hat einen kehre vom abbeeren und fliegen warum ist die geld weil es nach den kampf und drei vorbei werbe mit dem paar wird natürlich ab der angriff den starken was ist fliegen auch weiter reichen ich warte ist aber ernst jeder kaputt brauner damen na gut wechsel geht auf dem feuer pokémon was nicht zwei runden lang braucht man zu greifen und warum sind alle meine pokémon ein super ball drin das verschaudert aber weswegen wegen dem flammbor auf der erste breit oder wüste schalow duft die luminäre scheint mysteriös flamm war und ikea pokémon dieser dieser mit interessant oder auch nicht haben eigentlich ein paar schnelle und kein pullax ich meine selbst auch schon zwar eigentlich überflüssig damit dann 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 einer peter das ist das habe ich raten hier aber da ist noch nicht angenommen also drauf stand ich musste mit der wette kämpfen weil ich unendlich weit weg bin und nerven möchte ich habe ja solche nerven pokémon und der ist leider 70 doch so und nicht ganz so nervig nicht mehr aufstand ach scheiße ich war ja gut neutral effektiv im flug wieder oder sehen nicht die weise vielleicht man hat danach gibt es mehr bezogen wie es gab oder was wau 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 wu muss man ja draufhaben robustheit damit man unbedingt merken kann wii wu 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 Das Robustheit besitzt Wenn man unbedingt nochmal Schaden draus heilen kann Larmus Am besten vernichte alle meine Pokémon Große Expertus haben Verkrüppeln meine Pokémon, die ich bei mir habe Das würde ich auf jeden Fall Dazu noch sagen Verkrüppelt wirklich meine Pokémon Zum Glück habe ich so viel Geld, dass ich Das mir egal sein kann Was hier passiert Wer war dann darauf knallen kann So, das Folgendes passiert Ich war da, hätte Keine Blatt, aber Tragonie wird in den Kampf gesetzt Und Ich kann mit Käfer-Brumm an kranken Nein, Quatsch Ähm Kann Hier zu tief jetzt steigt Und bitte direkt schneller als Beutelar So doch nicht Drehst euch um Sobald ich den Poker schnappe Um mich anzugreifen Cleverei, Junge Mach mal schnell Einfach voll Heilungsprozess Vor so Wenden Ich würde mich dann Ich würde noch nerven Das Gebüsch ist Analysiert Nein, nicht fünf Pokémon Weil die Fehlt sich nicht verkrackt Na ja Wir raten Habitag Taubsee Schwabini Ringgold Stariline War so ähnlich, ne? Sinnlose Trainer Voll zu wenden Jetzt haben wir uns Was war vielleicht denn los, oder? Ich kann mir nicht sagen, dass wir genau das sehen wollen Oh, ein Pfaffer-Smob Ich komme es ja nicht Die höchste Entwicklung dieser Generation Ich weiß noch mal, Kehrbunde Kehrbunde Natürlich muss ich mich nochmal zusätzlich nerven Bevor ich hier beziehen darf Dankeschön Stratus-Eis Verfahren Hallo Ist nicht paralysiert oder so Also halt deine Fresse Psycho-Klinge Bum Ach, den hab ich vergessen Den hab ich vergessen Tut leid, tut Nein, du bist kein Flug-Psycho Psycho-Klinge Ist nur so aus wie ein Psycho Also schnauze Ich bin hier rein Ja, ernst Wer ernst Gamefreak Euer ernst Seid man, nein, guck mal da Ich kann lautlich unterdrücken und schminkt auf Stafette ist fehlgeschlagen, weil ich nicht mit seinen Teampartner tauschen kann, weil es kein Team hat, sondern einfach nur hier rum steht Wieder bald geht nicht, weil ich das Poco noch nie gefangen hab Luxus-Ball Irgendein nerviges Poco, wir haben mit diesen nervenigen Ball den es nur einmal gibt es Fangen Es kann mit einer Körper eigenen Substanz seine Augen und seinen Torso aufschleuchten lassen Geht nach schrecken Nein Uninteressant Geh mich ja schon Ja, man kann von der Sprengen Ja, man kann Stärke einsetzen Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Hat sie here Geh weg, geh weg, danke schön Nein, das item bei der Veteranen bringt mich nicht dazu Wirklich Leute er will einmal ist ein doch auch auf schutzmann er wird dann kommt man verkauft hat die rieger und mal an kundbewegen ja analyse greift das prokonzert an ist es stärker Analyse weiter zur Erwanderung mit Elektrizität und KP. Nicht schlecht, nur die Attacken, die es wärmt und so sind. Kacke. Anschiss. Oh, voll noch heil. Na gut, na gut. Also das Highlight dieser Folge war das Doppelmatch mit Colin gegen Mike und Benny. Na gut, im nächsten Mal geht's hoffentlich wirklich mal langsam zur Heimatstadt von Sharon und dem alten Ich. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.